hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin wieder auf den jagdnacht ticket und ich habe heute das spiel warhammer chaos and conquest total nomination mmog da bin ich mal gespannt das spiel kennen wir nicht deswegen habe ich gleich bei den update stopp gedrückt das ist auch wieder so ein spiel gut ja 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 da fangen wir mal schön mal das schwert ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Also ich meinte jetzt nicht Vorheimer, ich meinte jetzt hier, man baut eine Basis, geht auf der Weltkarte drauf und sucht sich ein Gegner raus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Ich bin gespannt, wie weit ich damit komme. Vielen Dank. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Dann schauen wir jetzt erstmal kurz nach die roten Zahlen. Ich habe hier eine 3 stehen. Jetzt denke ich nicht mehr. Genau. Dann haben wir eine 1. Ich bin gespannt. Oh, ja meine 9. die 1 noch mal einfordern Tom ist noch eine 2 ah ok kostenlos eine chaos truhe ah wie die ansehen deswegen ja das paarmalig hier haben wir ne brauchen wir auch nicht die 4 alle unterstützen viele leute spielen gerade nice weiß was mache ich jetzt hier nochmal hier nochmal hier noch 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 hier gibt es noch nichts komisch naja gut dann gehen wir mal wieder ach hier wollte ich von einem rein genau noch 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 mit noch 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 und mhm, ok ah ah Man kann die Steine hier einsammeln Den auch? Ne Okay Was kann ich denn noch machen? Eine Accountverwaltung Wir gehen auf Facebook So Stefan Reddog ist am Start Hm Drei Minuten noch Ich benutze einmal Die drei Minuten Aber nicht umsonst Naja, okay Die paar Sekunden warten wir jetzt auch noch Komm schon Geht doch Ähm, muss die Mauer gebaut werden? Koste los, okay 5 Minuten, 55 Sekunden So Dann schauen wir nochmal draußen die Welt an Also das Meine Station sieht da schon auch richtig nice aus Ich bin Level 4 Da macht gerade jemand mal Angriffe Gut Gut Okay Ah, hier ist so ein Pfeil, das sagt mir, wo meine Base ist, ne? 33 Meilen. Sollte das sein? Jo, steht auch bei, deine Base. Das ist doch nice. Wir sind aber ganz schön lange unterwegs immer. Ein Angriff hat nur 24% von den Gegner down gemacht, aber er lebt noch. Ah, ich kann keinen Angriff mehr machen. Okay. Und da steht zwar nochmal eine, wie ist denn meine 2 Märsche? Okay. Okay. Gut. Haben wir noch was? Schärfer Aufseher. Ich würde dann erstmal sagen, das war's für heute. Ich weiß jetzt, solche Spiele haben irgendwie immer sehr viele Anhänger. Sehr viele Leute mögen solche Spiele. Aber ich bin einer, der nicht wirklich so ein Fan davon ist. Aber ich muss ja gerade auch nur die 10 Minuten spielen. Habe es mir ja dabei so eigentlich ein bisschen angeschaut. Und ja. Vielleicht kommt es ja beim nächsten Mal auch wieder dabei. Aber für heute ist gut. Vorbei. Schluss. Ende. Aus. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal überall seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.